Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Doch ihn rettete es nicht Mutter sagt, du und Constance, ihr freist Raten! Constance, du Hexe! Die Leute hier glauben, dass Constance unseren Vater ermordet hat Es ist eines der großen Rätsel unserer Zeit Es gibt so etwas wie guten Geschmack Kennen Sie den Geschmack von Arsen? Was machst du da? Ich habe Vater in seinem Zimmer gehört Ich spüre, dass er zurückkommt Mary Cat, unser Cousin, Charles Blackwood Er sieht genau aus wie Vater Wird er bald gehen? Er ist unser Cousin und er geht, wenn er so weit ist Seine Gegenwart birgt einen merkwürdigen neuen Zauber Wir haben noch viel vor zusammen Dieser Stuhl ist der Stuhl meines toten Bruders Ich werde den Tod in ihr Essen tun und zusehen, wie sie sterben Er war ein sehr böser Mann, unser Vater Die Welt ist voll mit schrecklichen Menschen Ich werde den Tod in ihr Essen tun und zusehen, wie sie sterben